hallo youtube hallo mitspieler herzlich willkommen zurück hier bei nick frei zockt gamers go makers und wir machen hier unser neues spiel war stars episode 8 attack of the dollies ich starte mal wieder das spiel und ich habe von euch einige nachrichten bekommen so nach dem motto wie ja geht doch mal hin und mach mal ja wie heißt es so schön dingenskirchens dass die anderen firmen deine niederlassung dich unterstützen bei der spieleentwicklung das machen wir als nächstes hier kann ich jetzt glaube ich nicht mehr ändern und mmos sind out habe ich den eindruck mein spiel will keiner mehr spielen mmos hat null dollar verdient verstehe ich nicht wollen die nicht mehr tja football championship ist wieder die lizenz verfügbar ich könnte meine kopfhörer aufsetzen ich wundere mich gerade warum ich kein gamesound höre so da sind wir wieder kopfhörer ist auf dem kopf die soundstudios können verbessert werden wo haben wir denn das soundstudio jetzt müssen wir erstmal hier star nee war stars war stars muss schwarz sein und das finde die logo anordnung blöd ich hätte es gern weiter hier unten ich weiß nicht warum das da oben sein muss mitten im titel machen wir das hier mal zu war stars machen wir machen da eine rote schrift so ich bin mal gespannt was daraus wird aus war stars aber wir waren gerade dabei wir wollten das soundstudio aufwerten da haben wir das soundstudio oder ja ich bin kranken kann heute nicht arbeiten 1,5 millionen taboom ich hoffe das wird jetzt besser ja die machen testing ich würde sagen der testet mal das network und der testet allgemein gucken ob wir hier schon was bewegen können ja irgendwie hat mir auch jemand geschrieben es geben noch mehr räume ich bin verwundert ne wir haben alle oder in einem labor sollte ich einstellen leute einstellen so jetzt müssen wir hier erstmal gucken mehr focus auf game engine bitte mehr focus auf game engine bitte glücklich mit den sounds glücklich nicht glücklich mit den sounds doofe AI ja äh moment das ist ein kein freund von level design also im prinzip so alles ein bisschen im labor sollte ich irgendwie leute einstellen ich wusste gar nicht dass man hier leute einstellen kann mitarbeiter einstellen pr ah ingenieure ok ja da gab es ja keiner als ich das letzte mal hier gucken war ja mehr gibt es auch nicht jetzt haben wir erst einen ingenieur was macht der ich habe keine ahnung erforschen oh self learning AI alter können wir jetzt hier forschung auswählen cool copy protection wir brauchen so einen scheiß game engine multi plattform das erforschen wir mal und ich bin gespannt wie das ganze wird hier ob wir es schaffen mit dem mmo geld zu verdienen weil irgendwie haben wir momentan nur kosten das nächste spiel muss wieder ein hit werden ich bin schon am überlegen ob wir für das nächste spiel wieder ein spartes simulations spiel machen sollen ähm wir sind irgendwo aufgestiegen komposition ist auch eine aufgestiegen scripting ist eine aufgestiegen ue design ist casey gonzalez aufgestiegen ja ist ja schön gucken grad nochmal was ich geschafft habe sound ja ist wichtig dass ich sound habe wir haben ja auch keine musiker und so äh kein ähnliches spiel ja ich glaube wir setzen preis mal runter wir können darüber ja noch ein bisschen mehr verdienen über andere sachen machen wir mal 29 euro äh dollar puh nicht gut wieder was verkackt oder level design ist nicht hoch genug alter so scripting also das grüne scheint perfekt zu sein transkripting haben wir jetzt auf einem perfekten level world design network ui haben wir auf einem perfekten level gameplay haben wir auf einem perfekten level ich glaube grafik können wir noch ein bisschen wegnehmen wenn wir 10 von 10 grafik haben und es ist nicht grün so so erste änderungen die wir machen die niederlassungen die sollen uns bei projekten unterstützen und nicht mehr ja ich kann nur von einer firma Unterstützung bekommen dann machen wir das anders dann machen wir das so dann sollen die uns unterstützen bei game engine und AI die und die jungs die sollen weiter eigene spiele machen weil die hatten jetzt mit mafia naja nicht so wirklich einen erfolg die sollen mal richtig was tun ja ich glaube wir müssen das budget mal runtersetzen denen geht es viel zu gut ja weil also ich meine es kann ja nicht sein die verdienen uns kaum kohle äh die müssen sich ja irgendwie rechnen dann müssen wir das mal runtersetzen 750.000 Betriebskosten 1,4 Millionen 11 Millionen haben die Mafia verkauft ist das denen hier ernst? oder ist das alles zusammen? die sollen mal wieder so ein anderes Diplomacy machen hier dass wir mal wieder Kohle verdienen gut äh das Spiel hier wird gerade abverkauft irgendwie hab ich den Eindruck Spiel pausiert ja es hat doch pausiert keine Ahnung warum erweitere deinen Markt portiere deine Spiele auf multiple Plattformen das hört sich interessant an jetzt haben wir ansonsten noch was wir erforschen können äh ok wir machen doch die game engine die copy protection bin ich zwar kein wirklicher freund von aber was willst du machen es gab es ja so ne Zeit so äh MMOs verdient wieder Geld wie es aussieht aber auch nur solange es MMO läuft beschütze ja dein Investment äh das ich finde das gerade ein bisschen Moment mal was ist jetzt los nein will ich doch gar nicht ich will hier rein können wir nicht die Forschung auch äh hier rüber auswählen gucken erstmal Mitarbeiter einstellen ob wir noch irgendwo ein Ingenieur herkriegen dann gucken wir mal hier unter Mitarbeiter da müsste ja irgendwo der Ingenieur sein nö können wir auch nicht machen das ist so blöd muss ich denn jetzt wirklich immer hier unten über dieses Menü gehen um äh dem hier einen erforschen Auftrag zu geben so und ich würde sagen wir machen ein neues Spiel ein neues Spiel und ähm wir haben so viel gelernt was ähm MMO angeht dass wir jetzt das dritte MMO auf den Markt schmeißen in der Hoffnung dass es diesmal besser wird und ähm ja Marktanteil hat momentan die Y-Box von MakroSoft den höchsten ist auch die neueste Konsole mit 31% ähm würde ich sagen gehen wir mal da drauf und für eine zweite Plattform ähm oh und für eine dritte Plattform ja das ist ja perfekt also PC Y-Box und Play Sensation dann kriegen wir eine Lizenz dafür vielleicht noch King of the Lords Searching Neo Pirates of Somalia Three and a Half Women ähm ja King of the Lords hört sich doch eigentlich ganz gut an als MMO-RPG und das ganze machen wir in R3D wir haben ganz schön viel Zeug da mittlerweile entwickelt hier das ist der Wahnsinn und ähm können wir jetzt irgendwie hier die anderen dazu packen oder wie läuft das ich hab keine Ahnung Gary Fuller ist auf jeden Fall total überlastet den sollten wir vielleicht mal bei Gameplay rausnehmen und dafür einen anderen hier äh zum Gameplay hinzu ziehen der Designer der Designer das ist der falsche wer kann denn Gameplay programmieren naja nicht gut aber er kann's und bei den Designern äh da bin ich jetzt auch gerade am überlegen Colin Russell äh nehmen wir beim UI Design raus und dafür tun wir ihn hier rein das sieht eigentlich ganz gut aus dann würde ich sagen Prototyp Spiele Tuck Cheats ne Cheats sind uncool bei einem MMO ja erstellen wir eine Demo auf jeden Fall so 10 Tage Test spielen oder sowas bin ich mal gespannt so das waren 68 wir haben festgestellt dass ähm Grafik immer noch zu gut war das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen wenn ich mir hier die Wertung angucke wie könnte es sein dass wir Grafik immer noch zu gut sind und dafür Level Design hoch ich glaub Level Design muss noch höher wo haben wir denn noch äh Überschuss Sound haben wir noch Überschuss Echt Sound haben wir noch Überschuss? wie kann man wie 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 haben wir denn geschafft den Sound nur Überschuss zu haben geht ja nicht weniger keine Ahnung keine Ahnung wir versuchen's ja hier steht in der Tat nix dabei von RPG MMO ist äh Gameplay wichtig Game Engine scheinbar doch auch Grafik aber nicht irgendwie Sound auch nicht AI auch nicht UI ist scheinbar interessant Scripting ist auf jeden Fall interessant Network ist ultra interessant ähm UI Design nicht wirklich das taucht da gar nicht auf so dann haben wir hier äh MMORPG das hier nicht das hier auch nicht das ist dabei das nicht und das auch nicht das kann doch nicht sein GameWriting ist kein wichtiges äh äh boah das ist krass ja machen wir ein schönes machen wir ein schönes äh wobei Moment machen wir mal so mal gucken was bei Raum kommt wir versuchen's nächstes MMO ist in der Macher und ich hoffe dass uns die anderen Jungs da helfen die anderen Niederlassungen also ich weiß nicht äh wie genau das da funktioniert ich konnte jetzt nirgends zuteilen War Stars Episode 8 ist auf jeden Fall schon äh am weg ticken so Story brauchen wir hier glaube ich nicht irgendwie unterstützen ne und ähm ja ist for everyone wobei ähm ich glaube wir machen das mal ein bisschen gewalttätiger wir machen das mal für Teens so wo sollen sie uns helfen Game Engine AI brauchen wir nicht MMOs machen 400 ein paar zerquetschter 1000 also eine halbe Million ungefähr pro Monat dann ist ja schön aber äh ihr versteht was ich mein ich würd gar mal richtig Geld verdienen mit so nem Ding also wenn das Ding jetzt hier floppt dann gibt's danach ein Sportspiel so viel steht fest Pirates of Somalia also Placing of the Action First Person Shooter von äh Electric Arse Naja das läuft aber auch nicht so prickelnd ja ok lauter Gehaltserhöhungen die Forschung ist beendet ich weiß nicht ob wir neue Sachen haben zum forschen müssen wir ins Labor gehen und gucken nö der kann eine neue Konsole bauen ok das ist interessant haben wir denn haben wir denn noch Leute ähm wir brauchen noch Ingenieure den hier zum Bleistift und den hier zum Bleistift so schon haben wir drei Ingenieure oh wir können noch mehr Ingenieure einstellen ja das lief nicht so gut Pirates of Somalia läuft ganz gut komischerweise jetzt plötzlich so was haben wir denn hier alter 68% das ist natürlich das ist gar nichts das ist ja shocking Mitarbeiter einstellen haben wir noch irgendwo äh Ingenieure ne keine Ahnung wieso wir davon so viele brauchen Rust ist rausgekommen für die äh Xbox so wir gehen zurück in äh ja Gehaltserhöhungen bitte 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 wir gehen zurück in unser Büro das verwirrt mich alles hier wir sind immer noch am entwickeln das dauert aber lang MMOs 11.000 es ist ja wieso sind wieso kacken denn die MMOs so schnell ab wieso will die denn keiner mehr zocken das Ding ist doch nicht mal ein Jahr auf dem Markt das Ding sind die MMOs der Ging of the Lords das wird was Romano das wird was OO Ok Bisschen laggy, und MMOs verkauft sich gar nix mehr, da diese, ja, King of the Lords, das gibt unser Ding, und dafür werden wir dann noch nen Piedons und so weiter rausbringen, dass es ein bisschen länger lebt als die anderen MMOs, das ist ja erschreckend, wie schnell die tot sind. Kommt raus, verkauft sich, wird gezockt und eingestellt. Und, 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 und.